Einen wunderschönen meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Ross Weghoff, ich bin der Medi-Urhus. Heute geht es wieder mal um Erste Hilfe im Außentürbereich. Und wir nehmen heute mal an, dass unser ehrenwerter Teamkollege sich das Bein gebrochen hat. In dem Fall einen der unteren der verschiedenen Schenkelchen. Und das gucken wir uns heute mal etwas lauter an. Wir werden das also versuchen zu stabilisieren. Ich bin kein Fan von der Beschreibung Schienen, weil mit Schienen verbinde ich sehr, sehr schnell eine Deutsche Bahn zu spät. Und wir wollen es einfach nur stabilisieren und wollen zusehen, dass wir ihm nach Möglichkeit helfen, die Schmerzen zu lindern. Okay, wir haben bei unserer schnellen Erstuntersuchung festgestellt, dass am unteren Schenkel wir ungefähr sowas vorfinden. Das sieht jetzt weiter noch nicht brüllend spektakulär aus. Hier drunter kann sich aber ein sogenannter geschlossener Bruch verbergen. So, das passt auch zu dem Mechanismus, wie das Ganze passiert ist. Und es passt zu den Schmerzen und den gesamten Begleitumständen. Und jetzt kommen wir zum What's Here We Do with the Krankenpfleger. In diesem Fall nehmen wir eine Decke. Wir können auch einen Schlafsack nehmen. Aber einen Schlafsack, den werden wir gleich noch brauchen. Also nehmen wir die Decke. Die wird erstmal vor sich hingerollt. So, wir haben hier also eine einigermaßen dicke Wurst. Was wir jetzt machen ist, dass wir diese Wurst im Grunde hier in den Schritt legen. Den Rest der Decke hier einmal außen drumherum. Gern auch hier ein bisschen höher. Auch mal bitte festhalten. Dankeschön. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir mit mindestens zwei Punkten am Oberschenkel, zwei Punkten am Unterschenkel diese Wurst fixieren. Zum Fixieren nehmen wir Baumwolldreieck-Tücher oder diese wundervollen Teile hier. Das ist die Easy Bandage auch aus dem Hause Lifeguard. Auch wenn viele das vielleicht langsam nicht mehr hören können mit Lifeguard. Das, was die tatsächlich haben, ist wirklich gut. Hält preislich den Ball flach. Und ist im Grunde anwendbar wie ein schwarzer Offiziersmesser. Wir gehen jetzt hier durch die Kniekehle durch, wo wir da den meisten Platz haben. Ziehen das Ganze einmal Richtung Leiste. Nehmen die Finger unseres Protagonisten raus. Jetzt haben wir hier einen normalen Knoten. Was wir hier jetzt noch machen ist, dass wir eine Idee weitergehen. Und machen hier jetzt den sogenannten Hausfrauenknoten oben drauf. Der eine oder andere wird das wahrscheinlich als Chirurgenknoten kennen. Ganz einfach den Vorteil, dass wir mit dem ersten Knoten, den wir gemacht haben, die meiste Reibung erzeugen. Wir sollten zusehen, dass wir bei dem, was wir hier tun, möglichst wenig Bewegung drin haben. Nicht direkt aufs Knie gehen. Und einmal dieses gute Stück hier. Und dazu gehen wir bei. Diese Bandage hat, wie häufig bei dem, was ich benutze, Hakenflorschband. Gehe hier wieder durch die Kniekehle durch. Gehe weiter nach unten. Und kann hier jetzt meine Bandage drum wickeln. Und brauche hier im Grunde nicht mal eine zweite Bandage. Das finde ich eigentlich ganz witzig und ganz charmant. Was ich aber hier zum Beispiel noch machen kann, was ich aber am Fuß zum Beispiel noch machen kann, ist, dass ich den Fuß so ein bisschen mit einpacke. Hier drüben wieder Hakenflorschband, den Verschlussbügel, wie bei den Trauma-Bandagen, bei den üblichen Verdächtigen. Und damit wäre das Bein zumindest ruhig gestellt. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir können beigehen, können das Bein, das gesunde Bein an dem anderen noch mit fixieren. Wir können eine Isomatte nehmen und das Ganze fixieren. Was gerne mal falsch gezeigt wird, ist, dass diese Isomatte zirkulär um das Bein rumgewickelt wird. Wenn wir jetzt wie in unserem Fall dieses Hämatom, diese blaue Stelle haben, dann sollten wir das nach Möglichkeit kontrollieren können. Also wir sollten da von Zeit zu Zeit einen Blick drauf werfen und tatsächlich eine Kontrolle machen. Auch hier mit dem Schuh an. Idealerweise den Schuh aus. Um zu gucken, ist da die Durchblutung noch gewährleistet. Denn bei solchen Frakturen kann es auch gerne mal passieren, dass der Unterschenkel so weit anschwillt, dass wir am Fuß keine Durchblutung mehr haben. Das ist ein sogenanntes Compartment-Syndrom. Was das ist, packe ich unten in die Videobeschreibung. Was wir jetzt nach Möglichkeit gerade draußen im Wald und auf der Haldi und auch jetzt bei stabilen Plusgraden bitte tun, ist, dass wir den Patienten versandfertig einpacken. Und zwar zum Beispiel in einen Schlafsack. Symbolisch habe ich jetzt hier anstelle eines Schlafsacks jetzt die Swagman Roll genommen. Das Ganze kann man natürlich noch ins Unendliche weiterspinnen. Was ich damit versuche zu bezwecken, ist, dass ich den Patienten so warm wie möglich halte. Nach Möglichkeit mit der eigenen Körperwärme. Denn das Problem, was wir haben, auch in der Professionalität, hätte ich bald gesagt, im Professionellen in der Traumaversorgung ist, dass Patienten häufig viel zu unterkühlt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es ist dahingehend ein Problem, weil im weiteren Verlauf diese Patienten an den Komplikationen ihrer Unterkühlung noch eine Woche nach Ereignis versterben können. Kleiner Funfact. Diejenigen, die das Thema Hypothermie-Prophylaxe, wie es so schön in Neudeutsch heißt, das packe ich unten in die Videobeschreibung. Diejenigen, die das am besten auf die Kette kriegen, das ist die Deutsche Rettungsflugwacht, weil die Traumapatienten mehr oder weniger grundsätzlich in einer Art Bibagsack im Traumazentrum der Maximalversorgung abgibt. Deren Patienten haben also definitiv die besten Überlebenschancen. Warum? Weil sie nicht die Farbe, die Konsistenz und die Haptik eines angetauten Fischstäbchens haben. Kinders, das war heute nur ein kurzer Ausflug. Das war, wie man so ein Bein tatsächlich ruhig stellen kann. Nicht Schienen, sondern ruhig stellen. Nicht Deutsche Bahn, nicht viel zu spät, sondern einfach nur versucht, Bewegungen aus diesem gebrochenen Unterschenkel rauszukriegen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, haut es unten in die Kommentare. Mir war es ein inneres Blümchen-Schlücken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo! Woohoo! Wohoo! Woohoo! Wooo-hoo! Untertitelung des ZDF, 2020